GZSZ Macho Carlos hat eine neue Frau erobert. Die hübsche Blondine hat es ihm mächtig angetan. Beide landen sogar gemeinsam im Bett. Bahnt sich da eine neue Love Story an? Carlos, Patrick Fernandes, hat eine neue Schönheit ins Visier genommen. Der temperamentvolle Mexikaner lernt eine neue Frau auf der Halloween-Party im Vereinsheim kennen. Carlos lernt Alicia auf der Party kennen. Sie landen im Bett. Die Dame, die es Carlos angetan hat, ist Alicia, Josefeng Bressel. Die hübsche Blondine lebt seit kurzem in Berlin und für GZSZ-Fans längst keine Unbekannte. Sie ist die Nichte von Carlos, Ex-Kumpel Tobias, Jan Kittmann. Auf der Party punktet der als »Tot« verkleidete Carlos bei Alicia mit einem billigen Anmachspruch, »Wir haben ein Date.« Ich bin der Tod. Da gilt kein Nein. Carlos, offensive Art gefällt Alicia. Die beiden landen nach der Fete im Bett. Neue Love Story bei GZSZ Wie geht es mit den beiden weiter? Bahnt sich da etwa eine Love Story an? Zunächst nicht. Alicia redet sich vor Carlos um Kopf und Kragen und flüchtet aus der Wohnung, um kurz später wieder vor ihm zu stehen, weil sie ihren Schlüssel bei ihm hat liegen lassen. Für Alicia ist klar, es wird keine Fortsetzung geben. Sie hat genug Probleme am Hals, heißt es in einer RTL-Mitteilung. Die neueste Folge mit Alicia und Carlos ist am 25. Oktober ab 19.40 Uhr auf RTL plus Sternchen abrufbar.